So, noch einige Worte zur Abitubprüfung. Jetzt spürst du die dunkle Seite der Macht. Hier ist ein hilfsmittelfreier Teil davon. Ohne Taschenrechner, ohne Tafelwerk, ohne Auswahl. Danach zwei Aufgaben zur Analysis. Zwei zur analytischen Geometrie, zwei zur Stochastik. Wo ihr jeweils eine davon bearbeiten müsst. Wir als Lehrer kennen die Aufgaben auch noch nicht. Wir treffen uns am Prüfungstag um sieben. Schauen kurz rüber und besprechen dann, wer welche Aufgabe durchrechnet. Und treffen uns dann am Nachmittag, um die Erwartungsbilder abzugleichen. Ich denke und hoffe, ihr kriegt das hin. Schönes Wochenende. Heute Abend wieder vor dem Besser. Nachschuhe oder Zeit für epischen Sieg. Wir haben ein Problem. Ja, Mann, Alter. Wir sehen uns nachher definitiv. Aber nun lang. Die Lehrer kennen die Aufgaben nicht. Das schaffen wir nicht. Diesmal nicht. 180 Arbeitsstunden. 20 Nachtschichten. Ist perfekt. Einmal angesetzt. Mit einer Bewegung. Und plantiert sie unbemerkt ein Mikrochip. Mit dem wir alles hören, was unsere Lehrer sagen. Alles wissen, was unsere Lehrer geheim halten. Nur leider bringt uns das überhaupt gar nichts. Weil die Lehrer dieses Mal die Aufgaben auch nicht kennen. Es hat zwei Jahre lang gut funktioniert. Keiner hat was mitbekommen. Bis die zwei Döde durchs Matheabitur gefallen sind. Nico, ich habe 180 Stunden in dieses Ding gesteckt. Weißt du, was das für ein Aufwand war? Und ich habe nichts gemacht, oder wie? Boritz, ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber die Chips sind nicht alleine in die Lehrer gekommen. Soll ich dir mal die Stunden vorrechnen, die ich auf den Lehrertoiletten gewartet habe? Ich habe einen ganzen Schultag in dem Klo beim Säcki verbracht und dem Klassenlehrer der 10-6 diesen Chip zu implantieren. Nur, damit du mir nach der 8. Stunde sagen konntest, dass er mit seiner Klasse auf Wandertag war. Wenn der Umschlag vom Ministerium am Prüfungstag um 7 Uhr geöffnet wird. Und wenn man davon ausgeht, dass die Beamten im Ministerium nicht gerne früh aufstehen... Was sie nicht tun, dann käme man zu der logischen Konsequenz, dass der Umschlag bereits vorher an die Schule übergeben wurde. Die Aufgaben des Matheabiturs liegen jetzt gerade fertig ausgearbeitet, irgendwo versteckt in der Schule. Wir wissen nur nicht wo. Kein Schüler weiß das. Wir müssen ihn fragen. Der alte Schmiddi. Der Käpt'n huckt der Angelläden. Ja gut, seine Hand wurde nicht vom Kroko abgebissen, sondern vom Fußhupe. Hä? Nein, eine Fußhupe. So ein kleiner Dackel. Lösverschmitte. Ja gut, eigentlich war es eine Infektion, aber klingt eigentlich nicht so cool, ne? Jedenfalls hat er jetzt ein neues Logo dran, ne? Das sieht echt geil aus. Das leuchtet sogar. Und wie sieht das Logo aus? Na ja, ein Fisch halt. Ist ja angeladen. Weiber. Mensch, Moni, hast du immer noch eh schüttelt, oder was? Warm ist es auch noch eh? Mann ey, weiber. Wir hatten eine Frage. Wir hatten eine Frage. Wir hatten eine Frage für das Mathe-Abitur. Das wissen nicht alle Lehrer. Manchmal legt die Schulleitung erst ins Lehrerzimmer. Es gab aber auch schon Jahre, in denen es ein Fachlehrer bei sich zu Hause hatte. Okay, also ich lenk sie ab und du suchst nach der Prüfung. Sag, wir haben eine fachliche Frage. Hallo Nico, hallo Moritz. Hallo Frau Seiler, wir haben nochmal eine fachliche Frage. Na, dann schießt mal los. Ja, wir wollten nämlich wissen, wie genau es damals zum Mauerfall gekommen war. Oh, na da müssen wir ja ganz früh anfangen. Dann kommt mal rein. Hallo. Wir haben nochmal eine fachliche Frage. Ja? Kommt noch was? Ja, setz dich, Nico. Ja, womit fangen wir denn an? Also ich denke, das hat eigentlich alles schon mal was mit dem Limes zu tun. Das Römische Reich hat sich ja gegen die Germanen gewehrt. Und dann hat es eine Mauer, beziehungsweise einen Palisadenzahn aufgebaut. Und dann gab es eine relativ friedliche Phase. Und das haben die Germanen und die Römer eigentlich gut genutzt, um auch friedlichen Handel zu treiben. Und ich denke mal, das war eine positive Sache. Und irgendwann ist auch die Mauer dann wieder gefallen. Ich frage hier, hier Protonen. Okay. Nach Protonen. Ob die wir die haben. Ja, im Prinzip begann alles in den 40er Jahren. Das Problem war an den Kohlerevieren. Die Weber hatten wenig Geld. Und daher gab es natürlich dann irgendwo Hungersnöte. Und die arteten aus in Aufstände. Natürlich wurden die niedergeschlagen. Aber wenn man die Zeitungsberichte und so gelesen hatte, dann kam es wirklich bis nach Berlin. Und dass die Weber und vor allen Dingen natürlich die, die in den Kohlerevieren waren, wirklich schwer an dieser ganzen Misere zu tun hatten. Und wirklich am Hungertuch nackten. Bei Protonen machen wir nicht auf. Frag mal nach Alkohol. Ja, alles begann wohl mit Wilhelm II. Die Politik von ihm war ja doch eine ganz andere als Bismarcksche. Und beide konnten nicht miteinander. Und von daher war das schon ein großes Problem für das Deutsche Reich. Es war nicht mehr möglich, dieses stabile Deutschland in einem Europa, was Frieden schafft, zu halten. Sondern Wilhelm hat es geschafft, ein militantes Deutschland aufzubauen und dann in den ersten Weltkrieg zu führen. Also ich denke mal, das ist zumindest ein ganz wesentlicher Faktor dafür gewesen, dass der Erste Weltkrieg gewandt. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön. Wenn wir in dem Tempo weiter suchen, dann hat mein kleiner Bruder sein Abitur von ihm. Wir brauchen jemanden, der weniger redet. Herr Manzura, wir hätten da mal eine fachliche Frage. Nee, haben sie nicht. Du musst dir vorstellen, ich habe dann eine... Also ist es jetzt ein Zufall, dass es mehr Jäger als Jägerinnen gibt? Natürlich ist das kein Zufall. Aber nur weil es mehr Jäger als Jägerinnen gibt, heißt es nicht, dass Biathleten besser schießen als Biathletinnen. Aber es gibt auch mehr Soldaten als Soldatinnen. Diese Argumentation ergibt ja mal überhaupt keinen Sinn. Ich bin Biathletin und bin die aus dem Team, die am wenigsten Strafrunden absolvieren muss. Von den Frauen oder was? Von Frauen und Männern. Ja, weil wir Männer aber auch schneller laufen können. Denkst du? Weiß ich. Du musst dir vorstellen, ich arbeite an einem Berg. An einem richtig hohen Berg. Da liegt sogar Schnee drauf. Zumindest im Winter. Und die Regierung will da jetzt einen Tunnel durchhauen. Durch den gesamten Berg. Und das ist ja noch nicht mal alles. Durch diesen Berg fahren noch Züge und Autos. extrem viele Autos. Und der Sigi und ich, wir bauen jetzt einen Lüftungsschacht, damit die Autos atmen können. Weil die Autos müssen ja atmen. Die Lehrerzimmer war ein richtiger Reihenfall. Fragt uns wohl nichts anderes übrig, als bei einem Lehrer zuhause zu suchen. Weißt du denn, wo ein Lehrer wohnt? Du nicht? Nein, woher denn auch? Wo denn? Können wir da wirklich einbrechen? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da hin. Wann kommt denn der Bus? Jeden Augenblick! Wieso kommt denn der scheiß Bus nicht? Ich haffe Busse! Alle Busse werden sich verkranken! Ich will doch nur bei einer Lehrerin einbrechen. Ich will doch nur bei einer Lehrerin einbrechen. Ich stehe hier, bis dieser Bus kommt. Und wenn es nie ist, dann stehe ich hier trotzdem. Wir hätten nicht so schnell aufgeben sollen. Junge, es ist warm. Ich hab Hunger und meine Füße tun weh. In der Zwischenzeit hätte ich locker zwei Rollenbiografien zu Irrung und Wirrung schreiben können. Hättest du denn gerne zwei Rollenbiografien zu Irrung und Wirrung geschrieben? Nein. Geh noch. Was? Du Öffi haben müssen heute Abend noch stehen. Da bin ich ganz zu deiner Meinung. Also, was haben wir? Naja, du hattest doch da mal was erzählt von diesem komischen Logo oder sowas. Nicht wahr? Der von deinem Freund aus dem Angelladen. Der Schmidi. Der Schmidi. Der Schmidi. Ja, hier. Ist ja auch geil. Also, ich schreib das jetzt mal hier. Der Scheiß knifelnde Lumpe hier. Also, pass auf. Der Fisch, der sah ungefähr so aus. Ne? So. Und da sind... Was machen wir eigentlich? Mathe. 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 Vielleicht auch Bio sein können. Mathe. 2019. Gut. Das ist auf jeden Fall schon mal super für Analyses. Ähm... Ja. Gut. Ich brauch was. Ich hätte noch ne Aufgabe zu Stochrastik. Stoch was? Stochrastik. Achso. Ja. Und, und... Noch was? Analytische Geometrie. Da hätte ich auch schon nen Plan. Weil ich hab ja meinen Lüftungsschacht gebaut. Und den können wir für die analytische Geometrieaufgabe benutzen. Gut. Einmal frei. Haben wir uns oder was? Geil. Prost. Ist es das? Pst. Ja. Pst. 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 Pf und Pst. Okay. Pst. Pst. Achtung, die Stufe knabst. Nee, ich hab gewurzelt. Äh, was machst du mit meinem Arbeitsplatz? Deine kleineren Geschwister schlafen schon lange. Hallo Nico. Hallo Moritz Mutter. Und in meinem Haus die Mütze ab. Ich wusste gar nicht, dass deine Mutter Lehrerin ist. Ja, wird schon bio. Und in meinem Haus die Mütze ab. Lest genau, schreibt bitte auf jedes Blatt euren Namen. Beginnt mit der ersten Aufgabe, dem hilfsmittelfreien Teil. Dieser wird dann von der aufsichtsführenden Lehrkraft nach 70 Minuten eingesammelt. Tja, ihr dürft beginnen. Viel Erfolg und ein bisschen Glück. Sage mal Udo, kannst du mir nochmal deine Aufgabe mit dem Fischlogo erklären? Ich meine mal, der Fisch hat Streifen. Aber wenn die nicht leuchten, dann sieht man die im Dunkeln doch sowieso nicht. Sag mal Olaf, deine Bergaufgabe verstehe ich auch immer noch nicht. Was hat jetzt ein Lüftungsschacht mit der Eisenbahn zu tun? Und sowieso sollten wir nicht etwas Romantik reinbekommen? Ein bisschen morgendlicher Frühnebel, Vögel oder Sonnenstrahlen? Äh, nee. Aber, ja, ja, ja. Aber wir haben so eine Kacke. Ja, richtige Scheiße. Nee. Ja, müssen wir uns nochmal heransetzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017